Hallo meine Lieben, ein ganz schnelles Video zu Eden Eternal. Man kann sich jetzt präregistrieren auf deren Webseite. Die kann ich euch auch gerne in die Beschreibung schicken, damit ihr das auf jeden Fall schneller kriegt. Bei der Präregistrierung kriegt man ein exklusives Mount, das Chic Alpaka, das ein bisschen aussieht wie so eine Art Gebra mit Emo-Style. Dann, wenn man sich einen Account macht, soweit ich es sehe, also hier anmeldet beim Member Exclusive Event, dann kriegt man einen Badge of Warner, wo man dann permanent XP, also eine doppelte XP kriegt, wie es aussieht, was ich ziemlich cool finde. Dann gibt es ein Invite Event, wo man halt Freunde inviten könnte. Wenn ihr mich da unterstützen wollt, natürlich könnt ihr das auch gerne tun. Bei einem Freund kriegt man Safety Stones, das ist glaube ich, wenn man bei einer Waffe dann plussen will und so weiter, dass sie dann nicht kaputt geht. Bei 5 Leuten kriegt man ein Alpaka-Head, also so ein Headgear. Und bei 10 Leuten dann einen Banner, den man hinten am Popo irgendwie hat, keine Ahnung, finde ich irgendwie witzig. So, und die Milestones für die Präregistrations sind folgend. Bei 10.000 kriegen wir 500 Eternal Coins, weil ich jetzt nicht genau weiß, was es sind. Ich glaube, das war die Echtgeld-Währung. Einen Titel, Eternal Guardian. Bei 50.000 Auregival, das weiß ich leider auch nicht mehr, was es war, das ist schon so lange her, wo ich das Spiel gespielt habe. Aber bei 100.000 wird es schon interessant. 20 Slots mehr in dem Backpack zu haben, ist schon ziemlich, ziemlich gut. Und ein Pet namens Forest Pixie, was man hier schon sieht. Bei 300.000 kriegt man ein Eternal Legacy Weapon Set und ein Eternal Cross Armor Set. Ich vermute mal, dass es irgendein Set sein wird, was man halt etwas länger tragen kann, aber später dann eh durch die ganzen Dungeons usw. austauscht. Und was ich aber cool bin, bei 500.000 kriegt man einen Waffenskin für jede Waffe. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher. Aber Weapon Alpaca Rain Shade. Ich glaube, das ist ein Waffenskin, soweit ich weiß, und keine Waffe. Wir werden es aber sehen. Und das wollte ich euch nur kurz zeigen. So, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im Spiel bei Eden Eternal, weil ich finde das eh ziemlich cool. Und es ist auch eins der Spiele, auf die ich mich dieses Jahr sehr freue, weil es ja schon ein etwas älteres Game ist, was wieder Gott sei Dank kommt. Vielen lieben Dank. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall dort. Ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Ich würde mich über ein Abo und ein Like sehr, 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 sehr freuen. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, euer Sinichiro.